Irgendwann stellt sich bei den meisten Menschen die Frage, will ich lebenslang Miete zahlen oder doch lieber Wohneigentum erwerben? Keine leichte Frage, denn der Weg zu den eigenen vier Wänden kann riskant und steinig sein. Als erfahrener Generalunternehmer helfen wir unseren Kunden, die mit einem Hausbau verbundenen Risiken zu minimieren und ihnen komfortabel zum eigenen Haus bzw. Wohnraum zu verhelfen. Wir übernehmen für Sie alle wesentlichen Aufgaben, die mit einem Hausbau verbunden sind. Partnerschaftlich, fair, transparent und selbstverständlich zum Festpreis. Ob Sie Ihr Haus bereits fertig geplant haben oder bisher nur erste Ideen und Vorstellungen haben, bei uns ist die Planung Ihres Traumhauses in den besten Händen. Dank unserer detaillierten Bedarfsanalyse und der genauen Ermittlung aller Baunebenkosten bleiben Sie vor unangenehmen Überraschungen verschont. Sie haben eine hundertprozentige Dexturis-Festpreisgarantie. Die Firma Dexturis ist ein erfahrenes Unternehmen, das in den vergangenen Jahren zahlreiche individuelle Immobilien nach neuesten technischen Standards geplant, gebaut oder modernisiert hat. Sobald wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Traumhaus geplant haben, nehmen wir alle Details in einem Festpreisvertrag auf, damit Sie auch wirklich das Haus bekommen, das Sie sich vorgestellt haben. Jede Leistung ist eindeutig beschrieben und detailliert erläutert. Die Dexturis Bau GmbH verfügt über eine der besten Bau- und Leistungsbeschreibungen in Deutschland. Dies haben uns Verbände und Sachverständige bestätigt. Die Besonderheit dabei liegt in dem klaren, verständlichen und transparenten Aufbau. Transparenz, Offenheit und Eindeutigkeit finden Sie bei uns in allen Details, auch in der Bemusterung. Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen Ihr Objekt vom Keller bis zum Dach. Dabei dokumentieren wir auch hier alle Leistungsbestandteile in Menge, Ausführung und Qualität. Alle relevanten Ausstattungsdetails legen wir in Abstimmung mit Ihnen fest. Das ganze Dexturis-Team bereitet nun Ihr Bauvorhaben vor. Perfekt eingespielt, nach festgelegten Qualitätssicherungskriterien, bearbeiten wir Ihr Hausprojekt für den anstehenden Baubeginn. Jedes Detail fließt in die Ausführungsplanung ein und ist klar und verständlich für unsere Kunden nachvollziehbar. Die Wünsche unserer Kunden werden detailliert besprochen. Sollten Änderungswünsche aufkommen, so werden diese in die Planung übernommen. Keine Ecke wird ohne Absprache mit Ihnen geplant. Wir kennen die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Genießen Sie es, mit einem Partner zu arbeiten, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können. Dank der detaillierten Planungsvorbereitungen können wir Ihr Traumhaus zügig, effizient, zum Festpreis ganz exakt so bauen, wie Sie es bei uns bestellt haben. Wir freuen uns von Ihnen zu hören, Ihr DEX Tourist Team. Heute können Sie es gleich fürs ZDF-Ri-Ri-Ri-Ri. Ihr habt eine Klaus-I-Märme Hahn, die Sie zu hören, wenn Sie die components Es gibt den Wünsche, haben Sie die Klaus-I-Märme, die Sie, die Klaus-I-Märme. Sie sind die Klaus-I-Märme und die Klaus-I-Märme.